Ich habe da Katharinenhoff gewählt, die geben dir eine Möglichkeit, auch die Jungen. Normalerweise, nur wer alt ist und Erfahrung hat, kriegt solche Möglichkeiten hier nicht. Wenn du arbeitest und du fit bist und so, dann kriegst du eine Möglichkeit. Und ich wusste es nicht, weil ich liebe alte Menschen. Ich liebe, ich liebe meine Oma, ich weiß das, aber trotzdem. Die Kollegen, die waren nett und freundlich und das habe ich auch gebraucht. Wenn man hier kommt und hat niemand, das ist das erste Ding, das man denkt. Nette Menschen in der Nähe haben. Ich habe auch als Assistentin angefangen. Dann habe ich als Fachkraft angefangen. Langsam, ich kenne schon den Beruf sehr gut und jetzt bin ich als Stellvertreterin hier. Da kann man langsam besser werden und das ist gut.